Das war nicht gut von dem Daryl. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Haben wir nicht gerade gemacht. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer BrolBro und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute als Jesse in Juwenjagd. Wir pushen sie auf 500 Trophies, Freunde. Und ja, Mann, ich zeig euch mal meinen Club. Ihr könnt gerne reinkommen. Ich zeig's euch immer wieder. Wir wollen der beste Club Deutschlands werden. Wir schaffen das zusammen. Und lasst uns mal direkt in eine Round starten, oder? Mit random Teammates, Alter. Das kann ja nur schieflaufen, ey. Macht es nicht nach, Leute. Spielt nicht mit random Teammates. Es ist immer besser, wenn ihr mit Freunden zusammenspielt. So könnt ihr auf jeden Fall viel, viel besser eure Trophies pushen. So. Okay. Ein Dynamike und ein Colt im Team. So. Ich geh durch die Mitte. Da ist die Shelly. Oh mein Gott. Alles gegen die Wand. Oh mein Gott. Ich hab reingeschissen. Sorry, Jungs. Da ist er. Komm. Und connecte, connecte. Jawohl, er hat connected. An die Shelly. Sauber. Team. Haben den Bali auch. Okay, gut. Komm. Ah. Jetzt aber. Alle Schüsse connecten. Geschütz wurde geworfen. Ey. Die Shelly. Hol ihn. Colt. Nein. Die Shelly ist tot. Oh mein Gott. Wir haben... Nein, wir haben die Gems verloren. Da liegen sie. Okay, alles cool. Alles cool. Wir retten die Gems. Oh mein Gott. Das war ja mal ganz knapp. Wir lassen... Ich lasse ihn einfach hier liegen, oder? Nein, komm. Ich nehme sie. Okay. Okay. Das Geschütze hängt mir jetzt im Nacken hier. Weil der Bali wird gleich sterben, wenn er versucht, die Gems zu holen. Jawohl, jetzt habe ich... Ey. Tega, wie gut... Nein, mein Geschütz. Ich wollte es gerade noch werfen. Ihr habt es gesehen. Ich habe das gezogen. Komm. Jetzt. Wir haben uns die Gems zurückgeholt. Acht Stück. Haben wir zwei Stück fehlen noch. Komm, Team. Ich werfe mein Geschütz wieder hier rechts hin. So. Oh, hier liegen drei Gems. Perfekt. Ich habe eingest... Eingest... Ah. Fuck. Team ist auch gestorben. Komm, Lord. Oh Gott. Der Colt. So. Komm. Nein, nein, nein. Ist geschützt. Hallo. Entschuldigung. Jungs. Jungs. Jetzt. Wir haben die Jessie. Sauber. Und... Runter. Einfach runter. Komm. Wir haben das Ding. Komm. Den Bali habe ich auch. Sehr, sehr nice. Komm. Die Shelly. Kurz ausweichen. Komm. Wir haben das Ding geholt. Sauber, Mann. Geiles Game. Nice Team. Wir können ruhig mal noch eine Runde mit den Spielen, falls sie wollen, oder? Komm. Machen die mit. Bitte. Komm. Nein. Colt ist direkt raus. Was mit dem anderen? Er ist auch raus. Okay. Was habe ich jetzt für Teammates? Oh, wieder ein Colt. Unten eine Nita diesmal. Okay. Nita und Jessie ist eine geile Combo, Freunde. Merkt euch das. Weil Jessie spawnt den Geschützturm. Nita den Teddy. Das sind dann so viele Gegner für die Gegner dann, die dazukommen. Das ist... Oh. Komm. Nein. Wo connectet der denn? Oh, auf dem Paco. Okay, nice. Ah, der Leon hat das direkt mein Geschütz kaputt gemacht. Das war nicht so gut. Oh, komm. Da ist der Leon wieder. Sauber. Komm, ich brauche mein Geschütz wieder. Ich glaube, der Leon hat sich unsichtbar gemacht. Ja. Komm, er ist fast tot. Er ist fast tot. Nein, nein, nein. Colt, pass auf. Oder die Nita. Jungs. Komm. Ey, wir holen das Ding. Nein, nein, nein. Der Leon. Geschütz. Geh rein. Das Geile ist, wenn man Jessie auf Level 10 hat, kann man sein Geschütz heilen. Mega, mega praktisch. Komm. Den letzten Jam. Und runter. Einfach so runter. Die Terror habe ich. Okay. Und der Leon ist auch gefinisht. Der ist weg. Hier. Hab ihn. Nein, ich bin fast... Ach, ich kann ruhig sterben. Hier, töte mich. Nice. Noch eine Runde gewonnen. Geil, Mann. Oh, Starplayer. Ihr wisst Bescheid. Gebt auf jeden Fall ein Like auf das Video, Freunde, wenn es euch gefällt. Schaffen wir auf diesem Video 500 Likes. Packen wir das? So. Oh, die macht sogar ready. Nein. Ich bin mit meinem Team. So, Leute. Wir machen noch einen Round. Klappt auf jeden Fall mega, mega gut. Ich glaube, nach der Runde spielen wir dann Showdown. Oder ich glaube, sogar nach der Runde habe ich dann schon die 500 Trophies. Ich habe gerade nicht geachtet. Okay. Ein Daryl und ein Crow und eine Penny im Gegner-Team. Das packen wir, oder? Komm, Jungs. Levis und Jimmy, Bro. Er heißt C. Jimmy. Jimmy, Bro. Nice. Komm, komm. Nein, Jungs. Passt auf. Ich gehe fast drauf. Komm, mein Geschütz. Nein. Er hat mir den feinen Hit gegeben. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Meine Schuld, Jungs. Meine Schuld. Komm. Wir pushen die. Jimmy und Levis halten die Stellung. Oh. Nein, nein, nein. Crow holt sich Levis. Aber ich hole mir Crow. Nein, 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 nein. Mein Geschütz. Ich place mein Geschütz. Ah. Schon direkt kaputt. What the fuck. Komm, Colt. Habt ihr ihn? Jawohl. Sauber, Jungs. Komm. Was? Er ist alles ausgewichen? Komm, jetzt. Jawohl. Das war nicht so... Oh, ich bin auch tot. Ach. Verdammt. Oh, mein Gott. Okay. Die nehmen uns gerade echt auseinander. Komm, ich muss... Nein, 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 nein. Ah, ich wusste, die Bombe kommt jetzt. Oh, Mann. Digga. Okay. Hey, die Runde läuft nicht gut. Scheiße. Der Counter für die läuft. Ich hab den Crow. Aber das reicht leider nicht. Kommt, kommt, Junge. Oh. Das war nicht gut von dem Daryl. Oh, mein Gott, Leute. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott. Haben wir nicht gerade gemacht. Runter. Runter, Freunde. Kommt, runter. Kommt, bevor der Daryl gleich freuen kann. Runter, ey. Macht mal keine Faxen. Und der Daryl, das war's. Mein Geschick zählt hier auseinander. Sehr gut, Alter. Nice. Geile drei Wins hintereinander, Freunde. Und wir haben jetzt die 500 Trophys. Ich bin wieder Starplayer. Ihr wisst Bescheid. Okay, ich muss meinen Team leider verlassen. Es tut mir leid, Leute. Ich wünsche euch viel Glück. Levis und Jimmy. So. Wir spielen jetzt auf der Map hier. Oh, Alter, das wird gar nicht gut laufen, der Jesse. Ich sehe es jetzt schon. Eine Runde nur, Leute. Komm. Komm, oh mein Gott. Das ist eine richtige Dynamike-Map. Deswegen habe ich mies Angst, gerade mit Jesse zu spielen. Oh, ein Mortis. Damit mir teamen will. Nein, ey. Nein, da kommt der Dynamike. Da haben wir auch teamen. Okay, das sind Teamer-Noobs. Die holen wir dann auf die Weise. Okay. Nein, nein, nein. Er finischt mich. Ich muss ausweichen. Okay. Er hat mich fast gedauert. Wir müssen die holen. Wir müssen die holen, Leute. Oh, jetzt kommt der Crow noch, der mich pushen will. Der sich auch an die anschließt, diesen Noobs. Was denkt der Mortis eigentlich hier? Oh, jetzt kommt der Crow nicht ehrlich auch noch. Komm. Nein, nein, nein. Der kriegt mich nicht. Nein, er hat mir wieder einen Hit gegeben. Er hat mir ehrlich... Ich bin tot, oder? Ich bin tot, Mann. Neunter. Nein, Digga. Verdammt. Ich wusste, es ist keine gute Idee. Jetzt musste ich noch eine Runde spielen, Leute. Kennt ihr das? Und jetzt werde... Jetzt habe ich so einen richtigen Loose-Streak bestimmt. Och, nö. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock. Bitte. Komm. Ich will nicht wieder so Pech haben wie jetzt gerade. Dass ich von vier Leuten zusammen ge-sandwiched wurde, die alle Teamer-Noobs waren und zusammen geteamt haben, Alter. Komm mal den an. Dann wäre auch Team der Noob. Ey, wieso kann ich einfach keiner teamen? Es fuckt so heftig ab. Das Ding ist, wenn der Derek gleich seine Ulti hat, dann kann er mich holen. Ich muss weg von ihm. Ich habe keinen Upgrade. Das sieht nur schlecht für mich aus. Jetzt hat er seine Ulti. Oh mein Gott. Ich spiele jetzt so safe, Leute. Ich will jetzt einfach Erster werden. Komm. Ist jemand? Ich weiß es nicht. Ich bin so eine Low-Jesse, die kein Upgrade hat. Nichts, Alter. Level 1. Level 0, eher gesagt. Komm. Ich warte kurz hier. Oh mein Gott. Da kommt ein Poco. Oh Mann. Oh mein Gott. Nein. Sie machen ehrlich wieder Team, Leute. Und pushen mich. Ich muss den Dynamike holen. Jetzt. Ich hole den Dynamike. Jawohl. Teamer-Noob. Sehr gut, Alter. Und guck mal, Ina. Was denkst du, Digga? Was denkst du, Digga? Ich habe zwei Teamer-Noobs straight abgeholt. Oh mein Gott, Leute. Das Spiel hat sich auf einmal so schnell gewandelt. Nein. Mein Turm. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Komm, 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 komm. Der Mortis hier. Wir pushen ihn mal. Das Ding ist, er könnte mich auch easy holen. Ich muss hier... Ich besuche mir kurz eine andere Ecke. Ich gehe hier hin. Komm. Von hier oben. Oh, da ist ein Leon. Ich gebe ihm Hits. Den Poco auch. Oh, der Mortis will auf mich gehen. Oh, was? Komm, komm, komm. Wir pushen die. Schnell, wir müssen hier hoch. Bevor er kommt. So, jetzt. Komm. Nein, nein, nein. Er hat sich die Päckchen genommen. Wir müssen den Daryl pushen. Und er holt mich. Nein. Oh mein Gott. Okay, wie viele Trophies haben wir reingeholt? Wir haben, glaube ich, nur vier gemacht, ne? Nein. Eine Trophie fehlt. Egal, wir bleiben jetzt so einfach. Ach, Leute. Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir 500 erreicht. Und mal wieder kurz nicht erreicht. Aber ich werde es gleich erreichen. Ich beende auf jeden Fall das Video an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde mich mega freuen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Abonniert meinen Kanal für tägliche neue Brawl Stars Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Haut rein. Euer Brawl Bro und ciao.